1 Sie machen Fotos, Taschen platzen aber Apache bleibt gleich Keiner nimmt uns die Philosophie Akuna Matata Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder scheint Rufi, Madonna 1986, MTV Madonna Ich hab ein kleines Schwenk Reden wir von Koks und von Messerstichereien Ein Fluch, sein Geruch war ja kein Lieblicher Auf, der wusste nur was essen, schon kam die Gelug 1986, MTV Madonna Männer ohne Seele sind verliebt Madonna Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder scheint Schönen sich über dich im Ohr Wie mal Papa? So warte Was macht Papa jetzt, Adi? Ich tankte Ich geh jetzt tanken So Leute Papa geht jetzt So Leute So Leute Was hast du in die Kamera gesagt? So Leute So Leute So Leute So Leute Aber nehmt mir auch ein Lolli mit Was soll ich mitbringen? Lolli Lolli? Warte 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 Da hab ich vergessen Dann hab ich vergessen Den Tankwerk aus dem zu machen Der Schein Hä Wo ist der Schein? Wo ist der Schein? Wo ist der Schein? Habe ich den nicht rausgeholt? Nee Boah Jetzt hab ich 3 Euro bezahlt und den Schein irgendwie nicht aus dem Automaten geholt Oder hab ich den im Portemonnaie geparkt? Im Portemonnaie Oh Habe ich echt im Portemonnaie geparkt Du hast der Schein Hast du? Oh ja Sehr gut Oh Handy hab ich auch noch vergessen hier Super Dann hab ich Handy auch verziehen Willst du einen Kaffee trinken hier? Kannst du einen Kaffee trinken? Nee Cappuccino hat leider zu Adjel Sonst hätten wir Kaffee trinken können Habe ich mal Mundschutz mit? Du willst was? Kaffee Cappuccino Cappuccino willst du trinken? Adjel will Cappuccino trinken Andere Hand Na mal Hand los So Jetzt sitzt auch die Maske Ja die ist ja richtig die Schlange Alter Adjel Da müssen wir uns anstellen Da hab ich ja gar keinen Bock drauf Bist du auch was für Kinder? Wollen die auch da rein? Ich kann mich schon bitten, die waren bitte Ja klar Oh Sie Ich hab ihn schon die ganze Zeit gesucht Ja 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 Ich hab dich erkannt Gehen wir an einen Tag zu deinem Eis essen? Ja 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 Ich hab dich erkannt Ich hab einfach das Video auf meinem Ich hab diesen Döner mit Fries oder mit Fütebüter oder was Achso ja 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 Und sagt und sagt, will ich ihn immer sehen Hey Pesscher Hey Pesscher Hey Pesscher Typ Hey danke ne Ja gut Pesscher 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 Adjel und seine Pants hier Ja 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 Was läuft hier ey Hä Erstmal hier die Mädels noch mal haben und so Hä Was geht denn hier Hey Komm mal da rein oder Komm mal da rein rein Hier 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 Komm Komm lass hoch Hey Na Ja Ja bei dir Ja Ich bin erwachsen Schnell ne Ich bin erwachsen Ich bin erwachsen Schnell ne Ich bin im Kindergarten Mhm Ja Was brauchen wir eigentlich Wow Super Mario Das ist cool Fahrt mal an dich ran Leicht Ja Passt Ja Passt Willst du den hier Ja Wurde ich rein passen Das hast du rein Das ist doch schon groß genug Ja Ja Süß Ist das schwule Wasser? Ne das normale Wasser Ja So Das ist schwule Pappi Ja Okay Ja Okay Ja 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 Hast du auch richtig Hunger? Ja Warte und ich mache jetzt eine kleine Trinkpause Da 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 Das ist zu viel Zucker oder was Warte Hier Wo bist du? Hier Hier Ich suche gerade Adolf Adolf? Ja Hier bin ich Ich war einen Gang weiter Das ist wieder so schön Ich finde das Fenster cool Welchen? Ich finde gerne den cool Das den? Warte Warte Ja Ja Auch cool Hast du? Warte Noch einen coolen Welchen? Ja Ja Noch ein bisschen schwieriger Ja Cool Ja Boah Das ist richtig cool Ich darf hier noch einen Auto aussuchen Ja Nimm dir zwei Autos mit Okay Den hier Okay, dann komm Wir haben die Kasse Wo bist du dein kleiner Mann krank? Hier Ja Du wirst kleiner Spinner Nee Doch Sie machen Fotos, Taschen, Platzen Aber Apache bleibt gleich Keine Ahnung durch die Philosophie Akuna Matata Rudi Ich muss los Wenn die Roller wieder scheint Biffi Madonna 1986 MTV Madonna Ich hab ein kleines Schwenk Reden wir von Koks und von Messerstiche rein Tada Ein Fluch sein Geruch War ja kein Lieblicher Auf Der wusste nur was fressen Schon kam die Gelucht 1986 MTV Madonna Männer ohne Seele sind verliebt Madonna Rudi Ich muss los Wenn die Roller wieder scheint Hahahaha So Leute Mario wird euch jetzt eine Karte zeigen Genau Leute das ist jetzt die Karte Was könnten diese Emojis bedeuten? Wenn ihr das wisst Schreibt das in die Kommentare Und noch eine kleine Aufgabe habt ihr Leute Adj und ich haben einen neuen Instagram Account Und folgt uns auf jeden Fall auf Insta Wir würden uns übelst freuen Und die alten Accounts Wir wissen noch nicht ob wir die direkt löschen Oder nicht Aber folgt uns auf jeden Fall auf unserem neuen Insta Account Tim folgt uns auf den Insta Und folgt uns auf den Insta